Ach man muss auch mit dem Metallpeaker da raufhauen, dass man wirklich Metall bekommt eher? Nein. Echt nicht? Nein. Da hab ich gerade nämlich gar nichts bekommen. Muss man nicht. Ich hab 5 Metal Ingots. Okay. Ja, ich dachte ich sammle schon mal noch ein bisschen mehr. Gehen wir mal da welche raus, ne? Ja, ja. Oh Gott, Fellbr- Ach nein. Nein. Wie viele hatten wir noch übrig von Felln? Keine. Gehen wir mal auf die Jagd, ne? Ich packe den mal wieder rein. Nein, eigentlich. So. Brauchst du auch noch Felln? Ja. Wie viele? Sehr viel. 16. Okay. Oh ne, das ist ein Greif, der will ich nicht. Ey, sag mal. Ich hab gerade 3 Fleisch gefressen. Normal hat das erst mal gereicht. Ich bin schon wieder verhungern. Alter. Hier rennt Kano rum. Oh Gott. Genau am Adler? Ja. Wie viele Pfeile hast du? 16. Okay. Okay. Dann haben wir 31 Pfeile. Sollten wir schaffen. Der Rad reicht doch dafür. Ja? Ja. Ja. Okay. Ich probiere es aus. Ich muss nur kurz Ausdauer regenerieren. Okay. Wow. Oh, der wird sowieso gerade von einem... Ich werde jetzt von dem Sibelsantiger angegriffen. Und der andere kommt auch. Oh, der greift den an. Ne, ich glaub der geht auf mich. Ne. Und ich bin voll in den Greif reingerannt. Das ist irgendwie nicht unser Glückstag heute. Blöde. Okay. Kano und Sibelsantiger sind tot. Was? Ja. 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 Die haben wir. Die steht da oben. Echt? Die haben wir uns freundlicherweise auf dem Dach stehen gelassen. Ah, gut. Da kann ich schon mal kurz reparieren und dann kann ich nämlich gleich... Meins ist alles wieder kaputt. Kann ich nämlich meine Sachen kurz reparieren und dann... Das ist aber echt nett von ihm, was ist... Das ist aber echt nett von ihm, was ist... Die hat mal Zeit... Hast du's schon mit da rausgenommen? Ja, hab ich schon. Okay. Irgendwas sinnvolles, was ich gerade lernen muss. So, warte, soll ich jetzt mal... Achso, warte, ich packe das da mal rein, ne? Naja, lass mal. Machst du noch 10 Halt? Ey, 2. Deswegen, ich wollte jetzt gerade losgehen. Oder? Oder wir gucken, ob die was haben. Ja eben, dafür war es ja gedacht. Naja, ich mach weiter. Wow. Baba, du wirst nicht begeistert sein. Ach was. Ja, ich weiß nicht. Willst du da weiter drauf einhauen schon mal auf die Tür? Oder fernst du jetzt Halt? Ich hol Halt. Okay, dann hau ich mal weiter auf die Tür rauf. Okay, dann hau ich mal auf die Tür. Okay. Das war's für heute. Meinst du, ich schaffe einen Mammut? Nee, glaube ich nicht. Die sind scheiße stark, die Fische. Der hat gerade vier Fleisch auf einmal gefressen. What the fuck? Ja. Weiß nicht wieso, aber im Moment fressen die Teile einfach nur. Hey, wir haben einen... Wir haben einen Greifen gezähmt. Yay. Wollen wir den denn nennen? Greife, Greife. Greife hier oder Greifeen? Greifeen. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Aber erst mal bin ich jetzt noch an der Tür zugange. bitte. pleifeen. Ich bin jetzt hier. Greife. Ich bin jetzt hier. Mu TONSCH. Alles stirbt. Oh, ne. Was? Ja, ich werde von der Libelle gejagt. Libellen kriegst du doch wohl da. Nein, die machen übelst viel Schaden. Ich habe so oft schon Libellen angegriffen. Die machen richtig viel Schaden. Warte mal, kann ich da ran? Was ist das? Na, Kohle, schade. Gammeltes Fleisch, schade. So durch, oder was? Ja, hier steht aber nur eine große Box. Was ich jetzt gerade kaputt mache. Was? Ja. Was? Was? So, was haben wir denn jetzt hier alles? Oh! Was? Blueprints für, warte, Medium Crop Plot, Water Jar und Metal Pillar. Ah! Metallfenster. Das nehmen wir auch mal mit. Vielleicht kann man das ja auch mal gebrauchen. Speere kann ich auch mal wieder gebrauchen. Pulmonos. Ey! Ein Skorpionssattel ist ja auch drin. Nett! Und, ey, und ein Rezept. Sehr schön. Ja, dann würde ich dem ja danken. Oh, hi. Komm mal her. Dann fang ich mal an, die Beweismittel zu zerstören. Hä? Achso. Ja, das macht Sinn. Auf was bist du eingestellt? Auf? Da machen wir mich immer auf neutral. Ich bin zu schwer. Wieso bin ich jetzt zu schwer? Wieso hast du dich Steine alle aufgehoben? Willst du mich veräppeln? Ist das Lagerfeuer hier noch? Ja, das sollte auch weg. Ich wollte gerade sagen, ja, ich finde das gerade nicht. Ach da. Okay. Okay. Ah, ich bin zu schwer. Mano. Rezeptor ist auch zu schwer. Ja. Deine brauche ich nicht. Will ich eigentlich mitnehmen? Kannst du auch noch was mitnehmen? Ne, du bist schon zu schwer, ne? Ne, ich bin auch zu schwer. Gut. Oh Gott, ich muss schon wieder was fressen, ey. Oh, ich bin gerade erschrocken, Alter. Ja, wenn... Greif ihn. Ehrlich. Wie hast du Greif ihn geschrieben? Greif ihn! Ja, ihn! Oh, mein Gott. Was? Ah, warte. Wie ist Kampfmusik hier? Weil ich das Wegrennvieh angreife. So. Strange Name. Okay, dann eben... Greif es! Ist das überhaupt... Ist das männlich oder weiblich, mein Ding hier? Männlich. Greif es. Schön. Boah, das kann jetzt lange dauern, ey. Bis ich wieder da bin. Schmeiß mal das unwichtige Zeug weg. Nö, ich bin... Also, äh... Hier zu schwer bin ich nicht mehr. Das habe ich schon gemacht. Trotzdem ist eine ganz schöne Strecke, wenn ich die lauf. Ich hatte ja mal einen Raptor. Ja, und ich hatte mal einen Säbelzahntiger. Ja, aber das war ja auch, wenn du mich da in den Stein reinpackst. Ja, wenn du mich allein lässt. Ey, ich... Hab dich gesehen und bin zu dir gekommen. Im Übrigen hat der Greif gerade die Ameisen für feindlich gefunden. Ja, die sind ja auch feindlich. Aber das sollt ihr doch verschaffen, oder nicht? Ja, ja. Dann rennen wir lieber einfach weiter. Vielleicht folgt ihr dann. Ach, der kommt schon. Ach, der kommt schon. Okay, ich hab den nächsten Greifen. Noch grad aufgefallen. Und... Achso, ich werd von Dilo und von... Mann, von was werd ich hier denn alles angegriffen jetzt? Verdammt! Mein Gott! Ist er so dabei? Irgendwas tolles dabei? Da. Ja. Das war's auch an tollen Sachen. Ja, jetzt bin ich wieder zu schwer. Der ist hier doof. Ach, weißt du was? Mit Metal Window brauchen wir nicht, ne? Metal was? Metal... Window. Doch, eigentlich schon. Ja? Ja, wenn wir mal weiterbauen. Liegt halt... Vier. Mein Gott. Was kann ich denn wegwerfen? Okay, dann werfe ich aber die hier... Büße vorm Greifen weg. Ach, das Stück hab ich davon nicht. Naja, ich glaub, die brauchst du, um das Mega-Flee zu rufen. So lange, dass ich mir die Sachen ausdich wegwerfen kann, richtig. Don't pick. Werf ich mal weg. Da ist er ja. Jawohl, ich hab auch noch welche von denen. Kannst weg tun. Ja? Ja. Was liegt da jetzt? Hab ich jetzt alles weggeworfen? Das war doch relativ erfolgreich. Oh Gott, ich bin die gedreht. Meinst du? Relativ. Aber ich würde sagen, das war ein totales Desaster, aber okay. Okay. Also wir haben einen Raptor verloren, wir haben dafür ein Greifen bekommen. Wir haben einen Säbelzantiger verloren und dafür ein Greifen. Säbelzantiger verloren und ein Greifen bekommen. Wir haben die Hütte ausgenommen. Ein paar Blueprints gefunden. So ein paar Sachen. Naja. Ist nicht sehr gut gelaufen, aber man kann etwas zufrieden sein. So einen Säbelzantiger müssen wir uns dann irgendwann nochmal machen. Sollten wir doch wohl hinkriegen. Ja, das schon. Aber der war so super zum Farmen. Das stimmt. Das ist doch deine Kollegen da, die dir einen Sattel gemacht haben, oder? Ja. Mit Sattel habe ich noch. Ach, siehst du, dann können wir so einen Säbelzantiger ziehen. Aber nicht jetzt. Ey, mein. Naja, ich habe jetzt, wenn das Vieh zu Hause ist, auch keinen Bock mehr. Dann will ich auch erst mal. Welches Level haben die denn den Sattel gecraftet haben? Ich glaube, die sind schon Level 60 oder so. Können doch bestimmt auch den Sattel für ein Greifen machen, oder nicht? Können sie bestimmt. Würden sie das tun? Weiß ich nicht. Kannst ja mal im Chat fragen. Ist der denn gerade da? Also ich glaube, einer ist auf jeden Fall auf dem Server. Ja, aber das kenne ich irgendwann an. Das glaube ich jetzt. Alter, gehen wir aus dem Weg da. Okay. Vielleicht auch nicht. Papa, wir haben immerhin ein Greifen. Yay. Ja, ich meine, wenn wir da irgendwann nachher einen Sattel für haben, so in was weiß ich wieviel Leveln. Trotz allem ist Zahnstein down. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen Zahnstein 2 machen. Da gebe ich dir recht. Geht. Ja, das ist so, jetzt mal. Jetzt ist es noch ein Rast. Ja, das ist noch ein Rast. Gäst. Entschuldigung, das ist noch ein Rast. Ja, das ist noch ein Rast.